Ich denke, es gibt wie beide Seiten. In der Schweiz, also in meiner Zeit auch, wenn jemand gefragt hat, was du machst, dann sagt er, ich bin Hockeyprofi, und was machst du nebenbei? Das war die Anschlussfrage, wenn du das gesagt hast. Und wenn du einem Ausländer gesagt hast, du schaffst noch nebenbei, dann sagt er, bist du Wahnsinn. Wenn ich noch etwas jung war und nicht im Eis gespielt habe, habe ich immer so überlegt, ob ich eines Tages das auch als Beruf machen kann. Ich glaube, es ist nicht nur mir, sondern auch allen dazumals ein ganz klares Ziel gewesen, dass man nur Eishockey spielen möchte. Und mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass ein Hockeyspieler auch gut von dem leben kann. Und ich weiss noch, als ich in der Schule war, in der 9. Klasse, und da musste man irgendwie Papiere herbringen, wo man die Lehre machen kann oder schnuppern kann. Mich hat das gar nicht interessiert. Als ich in Bern kam, war das Ganze natürlich nicht so professionell wie heute. Das war noch in den Anfangsstadien. Du hast vielleicht in den Anfangs-80er Jahren angefangen, vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen. Dann waren es vielleicht mal zweieinhalbtausend Euro pro Saison. Dann war es vielleicht mal ein bisschen mehr. Dann hast du vielleicht mal 5'000 Euro verdient. Aber es hat mehr Jahre zu wachsen. Das war noch nicht ein Beruf, das damals, als ich gekommen bin. Und als ich in Bern kam, kommst du dann plötzlich wieder her und dann trainierst du zweimal. Einen Tag. Wir haben zweimal trainiert. Und Vollgas. Weisst du nicht noch? Und dann habe ich dann aber gedacht, ich muss noch arbeiten, nebenzu. Ich habe ja einen Beruf, Hochbordzeichnet gelernt. Ich muss ja noch arbeiten. Und dann plötzlich, das geht gar nicht. Weisst du? Und nach zwei Jahren in Bern habe ich dann gesagt, jetzt muss ich ein bisschen aufhören zu arbeiten. Jetzt wird es mir zu viel. Und es hat dann eigentlich so, die Professionalisierung hat angefangen. Ja, wenn ich so höre, was du mir alles erzählst, so von früher und so, sind in mir eigentlich eher nur ein Glücksgefühl, was ich entwickle. Und so ein Gefühl von, ich bin jetzt eigentlich mitten in meiner Karriere. Ich bin noch jung. Aber trotzdem wünsche ich mir schon heute, dass es eigentlich nie zu Ende gehen könnte. Und ich habe vor allem, was du hörst, hätte ich nichts, wo ich irgendwie sagen müsste, ich beneide dich oder so. Im Gegenteil, ich glaube, schlussendlich ist es bei euch, wie bei uns heutzutage, es geht um das Gleiche. Und es geht um Hockey, um das Zusammenleben. Und ja, das gibt mir ein extremes, grosses, schönes Gefühl, in mir zu wissen, dass der Hockeyspieler trotzdem etwas Spezielles ist und dass wir ein bisschen unsere eigene Welt hatten. Ich wünsche mir auch, dass ihr Spieler heute, und das kann ich natürlich jetzt besser sagen, du bist jung, ich bin schon älter, nicht alt, aber ich bin älter. Und ich wünsche mir eigentlich, dass ihr das auch wisst, was ihr für ein Privileg habt, um hier zu spielen. In dieser Liga, dass ihr euch bewusst werdet, und wieviel euch anhimmelt, wieviel das gerne machen würdet, was ihr macht. Ich weiss, das kann man sich nicht immer täglich bewusst sein, so wie ich jetzt das meine. Weil man ist im Business, man hat Druck, man muss Leistung bringen und dann hat man vielleicht zu wenig Zeit, um das auch so zu geniessen. Ich möchte dich einfach mit auf den Weg geben und es ist schön, wenn ich spüre, wie du das lebst. Und lebe es, lebe es, geniess es, mach es so lange wie krass. Ich habe den Rücktritt gegeben, mit 36, vielleicht hätte ich noch ein, zwei Jahre können, aber geh auch nicht spät. Und diesen Punkt zu finden, ist schwierig. Aber ich wünsche dir noch viele, viele glückliche Jahre. Und das ist genau das. Und das haben wir auch. Gliess es. Absolut.